Musik In dieser Woche haben wir die 14. Mobility Week. Und wenn ich gesagt hätte, vor 14 Jahren, hier werden die Kommission, der Rat und das Parlament zusammen eine Biking-Tour machen, dann hätte man mich ausgelacht und man hätte gesagt, träum weiter. Aber das ist eine einzigartige Situation in diesem Jahr. Violetta Bulls, die Kommissarin, François Bausch, der Ratspräsident für Verkehr aus Luxemburg, der Verkehrsminister, und ich als Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr. Wir alle sind auch tägliche Fahrradfahrer, nicht nur, wenn die Kamera da ist. Insofern war das eine wunderbare Situation, denn wir wissen, ohne eine Änderung der Mobilität, werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Aber wir wollen in Europa und in der ganzen Welt, wir wollen Mobilität sichern und das Klima schützen, damit unsere Kinder und deren Kinder eine Perspektive haben, auch auf diesem Planeten zu leben. Deshalb lasst uns Fahrrad fahren. Das ist die Zukunft für uns alle in Europa. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.